Ja, oder? Ja, 14-0 rüberfahren. Ja, 14-0. Dann lief raus. 14-1. Der Konflikt jetzt so wie eben, ne? Keine dummen einzelnen Aktionen, bitte. Ja, ich geb Gas. Der Slow. Die hintere. Auf Ace gehen, Robert. Echt? Also der ganz hinten, der da so gammelt, ist Slow. Der, der dunkelste. Der dunkelste. Wir haben doch alle andere Farben. Das sind die Backspeed-Boys. Ohne Spaß, guck mal wie die tanzen. Ich spring jetzt rein. Wer hat euch noch 100? Lass mal reinjumpen. Boah, nice. Einer angeneift und ist Slow. Ja, einer angeneift. Jungs, ich kann nicht jede Knife regeln. Hinter euch! Hinter dir! Macht ihr was? Flo! Ich geh nur auf Flo, das war zu viel. Ey, ganz ehrlich. Wir wollten die FC starten. Was viel? Was, Alter? Ich hab drei angeneift. Wann ct starten? Erkone bist Robteams. So, ist es live? Hallo! er eskaliert also ja die sagen ja auch so anstrengend dann noch mal aufs klo gehen und können eine halbe stunde wir können ja mit dem stream spielen haben wir ja auch verdient gesehen auf der summit ja zeit ist um jetzt abfahrt guck mir schon mal die leidensmann pfeils an hat der skydicht bei den gegnern sogar mitgespielt das sind alles das sind alles totale knickknacks jetzt einfach durch kommt jetzt abfahrt leute lassen wir mal ein bisschen konzentrieren scharfschützen atmung alle auf geht es jetzt getimt timo du hängst auf dem desktop konzentriert abhieber na na dann mach ich lang we should rule the day flasht lang auch geflasht hier nicht rein geswaggt weg kurz schimmer kurz das ist ne ne man wo du musst losgehen ja ich spring jetzt gleich durch du elms ja komm her lang einer nehmt wieder kurz ein bitte ich springe zu zweit lang bitte rechts fahr mit mir kurz fahr mit dem kurzem abfahrt lang einer kurz vor ey wer macht denn hier einer muss die bombe mitnehmen von euch ich hole die bombe ich kriege einer ich habe die bombe ich komme jetzt hier mit kurz kommst du kurz durch einer lang ruhe einer einer ganz einfach hat headshot kurz bitte kurz kommt hier sofort ich kann dich nur lang legen kurz zwei ich einfach mal scheiße bombe liegt mittig die bombe liegt für kurz zwei kurz andere minus 34 kurz jetzt rennen wir den da rein drei oder drei kurz oh man ja jungs warum bleibt hier nicht kurz ich stand alleine da ich habe keinen bock drauf er rennt auf einmal an und aufs spot ich weiß jetzt auch komm leg für kurz in so einer situation und nimmt bitte einfach kurz ein er macht aber auch wieder kniebeugen voll echo mit wieder katastrund mit raus ich würde ihn machen 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 mit dem tor und noch aufs spot b aner neod der hat er da 61 damage kann doch nicht zu zweit das loch reinrennen auf ein abtack 1-1 standard Soll ich BM, Timo? Ich hab Top-Spawn und AK. Machen wir mal. Hier flasht. Lang ist relativ close. Er ist irgendwo rechts auf B. Warten fällst da nicht. B einfach drauf mit Waffen. Einersgrube. Wir sind ein Zünderpro, dass wir gekauft haben. Einersgrube. Lang nach vorne. Mitte rein! Ich krieg von irgendwo Headshot. Ich glaub B links einer. Noch kurz durch. Oh, 50 noch. Kurz da. Ich hab noch eine Flash. Ich bin mitte unten. Ich hab auch noch eine Flash. Ich flasche einmal mitte raus. Was machen wir denn jetzt? Das kommt durch den. Einer kommt verzögert oder lang, oder? Ja. Dann kommt. Flasche lang. Lang, Auto ungefähr. Ich flasche einmal durch den lang. Flasche lang rüber. Lang flash, Achtung. Einer lang close, zwei lang. Probe. Leg dir kurz, leg dir kurz in den Platz ein. Rubelow, Rubelow. CT down. Hast du den? Er liegt aber nicht ganz viel kurz. Kann kurz kommen oder nicht? CT, einer, einer CT. Relativ safe. Komm ich hier kurz. Ich zieh CT an. Lang ist da. Die kommen kurz, ziemlich sicher. Die wollen über kurz retanken. Oder? Ne, überall. Die kommen kurz, die kommen über lang und CT. CT, einer down. CT jetzt. Lang, einer schräge. Helpen die? Feind so. Ich geh über CT weg. CT M4 down. Das hat Zimmerbrauch. In der Zone muss mir einer legen. Ja, ich... Ich glaube ich kann. Ich bin nicht sicher. Aber ich kann. Ja, auf jeden. Die haben nicht viel Geld. Ich glaube die nachkaufen. Wahrscheinlich eher nicht. Die nachkaufen nicht. Die 1-1 spielen einfach. Mitte gesmoked. Guck bitte wo die Waffen stehen. Mitte geflasht. Ich bin mega weiß. Wofallen haben wir immer. Die decken lang auf jeden Fall. Die wollen kurz aufgehen. Ziemlich sicher. Ich aim kurz auf nichts. Komm wieder mit mir in Mitte. Ich spring gleich durch. Wind Mitte. Hier ist noch nichts am Plateau. Bitte im Tor. Diegel. Probiert B drauf zu schleichen, wenn er nicht ist. Was sollen wir? B drauf schleichen. Kommt ihr? Ihr noch mit? Ja, die sind dabei. Ich komme über Cutter. Ich komme über Mitte. Ja, mach du Mitte DSN. Mitte DSN. Alles klar. Flasch einmal on-spot. Einer VB. Ich flash einmal rüber. Zweite Kiste checken. Zweite Kiste checken. Tor, 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 Tor. Ich leg jetzt. Ihr müsst mich legen. Du siehst, wenn Cutters reingeht, oder? Flasch einmal. Einer Mitte close am Door. Einer Kass unten. Einer Kass unten rein. Einer Kass unten drin. Einer Kass unten drin. Ich gehe in Leo. Vorne Tor. Der kommt Tor rein. Rechts Tor mit Arca. Tor ab geht's noch. Ich habe 14 AP hier an der Mitte. Wir haben kaum Zeit. Kann ich Cutters? Noch einer. Tor, die Arca. Alle Tor. Alle Tor. Noch einer. Noch einer on-spot. Noch einer, der Spot jetzt. Der Flash. Cutters. Ich hab da eh nicht. Echt? Schön. Oder war der Spell da auch noch boom, Alter? Die hatten aber gekauft, oder? Die hatten drei Waffen, oder so? Ja, die haben auch gekauft. Nehm bitte lang schnell ein. Ich werf den Molly lang. Äh... Kevin macht Mitte. Und Flo macht B. Einer B. Einer B. Zwei B. Glaub ich. Drei B. Glaub ich. Ich bleib selbst stehen. Okay, der Molly kommt nicht. Noch einer B rüber. Ja. Wow. Und wir durch. Vielleicht auf die Kasse B pushen. Ich werde dafür schnell gehen. Gehen lang. Kommt A mit der Bombe bitte. Out. Ich flash einmal mit CT. Da ist nix rein. Ich flash CT. Ich flash CT. CT sah frei aus. Ich hab CT geflasht. Geh mal einer direkt lang. Geh mal einer direkt lang ans Tor. Ich flash einmal CT. Ja, ich bleib besorgen auf A bis die Bombe gelegt ist. Gelegt jetzt. Bombe liegt für lang. Kurz einer. Die Runde können wir nicht verlieren. Einer schräger. Einer lang gehen. Einer lang ans Tor. CT down. Einer. Keine Waffe schenken. Du hängst, dass die nicht hochkommen. Ich häng kurz, ja? CT down. Kurz einer. Kurz noch. Kurz weiter down. Kurz down. Boom boom boom. Motherfucker. Einer. Einer schrecken. Einer. Ja, wir haben lang. Der Bombe liegt auch für lang. Wie lange tickt denn die Bombe? Jetzt fahrt drauf. was wir kommen jetzt 32 leute dann bitte noch mal schnell lange anhalten flasht guck mit der soll ich nicht wieder mit der am? Nein Flo Warte Molly diesmal? Nein, ich hab keinen Lang 2 Ach er geht es Grube, Grube Kreuzung Einer ist am B Versuch's den Grube zu holen Grube, was er macht Grube hoch Messie da weg Noch kurz Bist du Flo? Los, lang, los, lang, der in Grube ab Einer noch lang Irgendwo Auto oder so Oh lang, ich träff nicht, da 22 noch Voll lang Schöner Schuss Schöner Schuss Noch einer CT auf den Kisten Das ist die Bombe nicht Bombe liegt lange hinter dir, ne? Mitte oben oder kurzer Step Eh Ehle Eh Ehle Schade, oh schade Floi Bist du's ausgemacht? Kaufen aber, oder? Ah, also die denken War der gerade wieder an der Grube oder was? Ja jedes Mal Einer, eben einer rennt Grube Der Ding war halt, der war nicht blind, ey, keine Ahnung, da müssen wir irgendwie besser flashen Keine Ahnung Hast du denn Molly Hast du den Smoke gesehen, Alter? Die ist ja wieder hochgeflogen sonst Das war der Rest jetzt mehr, jetzt passt schon Pass, so, auf geht's Auf? Ja Lass unsere B-Runde machen Ich geh Mitte runter, flash ab und ihr geht, äh So, du ziehst Mitte kurz nur an Ja, ja, klar Also, ich sag, wenn ich aufgeflasht habe So, A kam, ne? Mitte gesmoked Kick ist weg, ne? Wartet kurz Step zu, kauf Katos Es fliegt jetzt Es fliegt, go Tor blind, B Eine Aabe da Ich hab Katos unten Vor Tor, die Aabe Die an sich frei, die sind vor Tor Flash einmal vor B Blick jetzt Er holt mich blind, Mann Mitte gepusht Ey, der kommt rein, Loch kommt rein Ach, Katos, bitte, safe Ja, ich hab Katos Loch down, einer Warte mal Warte mal Gegen vier, macht ihr Warte mal Warte mal, VW slashen Ja Was? Oh, ich glaub, die war kacke Liegt vor Deck, rücker schlecht Slash mal Timo, VW ist blind Ja, einer am Loch Alle drauf, ein Loch Alle drauf, ein Loch Alle am Loch Rückgebainkt Die liegt ganz hinten vor Deck, Timo Kannst du nicht holen Einer, einer pushcutters Einer vor Door Keine Ahnung Das Problem war, dass die Flasht Er beim legen nicht gesessen hat Deswegen ist er am Loch nochmal vorgekommen Weißt du, was da Problem war? Kaufen oder Echo? Das hat der Flasht sich die Smoke gelackert Das war das Problem Ähm, muss eine Echo machen Ich geb B3, probieren einzuholen Oder Smotten Flo, du musst auf jeden Fall Arbe spielen, ne? Du musst einfach die Picks machen, gegen die Langsam spielen den Standard Und du probierst ein paar Mitte zu ziehen Bei der Faceautom oder B Lange, einer Grobe Ey Okay Doppel lang Einer Grobe, einer links Alter, die lacken so, ne? Ey, der auf die ab Zwei Hälfte Oh, ein Erster Mitte unten Ey, ich steck grad lang ab Du musst mich in so einer Situation machen lassen Mit der Ark Alter, ich trifft nicht Mal lang Boah Ach komm, der hat's Abfahrt, Leute Dort, Arbe So, Arbe, wir spielen einfach 3-1 Dann locker aufbauen Kurz einen nehmen Dann können wir auch den Smoke kurz go machen, den wir mal gemacht haben Auf den Stiegen die Smoke werfen Und einfach nur durchflashen Die Smoke anfangen in der Mitte, Alter Das müssen wir da ausnutzen Einfach kurz rein Auf Mitte eigentlich rausgehen Ja, der Smoke, ne? Ja, der Smoke, ne? Ja, der Smoke, ne? Lang entweder die Arbe rein bestimmt Einer ist in der Grobe Mal kurz einen nehmen jetzt, bitte zügig Ich brauch einen 2, der an Coolt und einer muss flashen Ja, man ist vor auch gegen den nehmen Ich flash, sag wann Ja, ich brauch erstmal einen 2. hier eigentlich Ja, flash, ist egal Komm, auch noch Mach, mach, mach Mom ist kurz vorne Kurz frei Chillen, chillen, chillen Chillen, chillen Chillen Ich bin kurz unten Ich bin kurz unten Worte jetzt Chill mal In welch Rufzig? Einer ist schräge Okay Lass jetzt bitte B splitten Ich fake kurz und ihr splittet B, ja? Ich bin schon krass oben Zwei Tor, zwei Kater aus oben A, zwei Kater aus oben A, zwei Kater aus oben Ein doch einer rein in Richtung Auto schleicht der Das hat der einer Warum guckt der sich denn? Der ist ein Idiotes Mann Boah, jetzt keinen Grund zu flamen Einfach präsentrieren Leute, kommt Lass mal bitte kaufen Kauf dich mal Garloids Die ersten beiden gehen totes Gang Und die anderen flaschen lang ab Wenn ich sage Hast du eine Smoktotes Gang? Nein Die Smokt noch selber Die Bombe liegt zu lang Ich flasche Es faced in der Mitte Ich flash 2 rüber nur Fisch Ich flasche jetzt lang Ich flasche jetzt lang Bin kurz durch Kurz brennend Irgendwo on-spot einer Erstok close Musst lang flaschen Doppel net kurz Bin blind lang Das ist grobe On-spot oben einer Grooba hat low man Ey Grooba hat minus 90 Der Toros ist mit dem Kreuz und kommt jetzt halt Zwei Grube jetzt Wort oben weg Oben ist Langdown Es gibt 3 Leute Damage Ich geb 2 Lang Grube und einer Nebengang Einer kam CT Ja Grube 10 AP einer Hey Norbert, ich kriege einen auf uns Zollen Kommen jetzt Leute, Abfahrt Bei Law könnt ihr holen Aber wenig Zeit, ne? Keiner ist an den Fässern Keine Ahnung, wir müssen lang mit Molly da Ne, ich denke wir müssen einfach in die Mitte raus gehen Einer warm machen, dass Flo wieder auf Awe gehen kann Keine Ahnung, langsam müsste Abwehr den Typen auf die Gelenke gehen Wenn es dauernd wirkt man Abfahrt läuft, komm konzentriert euch Alter Alter, der steht doch nie am Plateau Ist der nicht? War er rüber? Ja, der Arm war schon Oh Fest Mitte, rechts Lang einer Probieren jetzt Mitte den Frag zu ziehen Kurz einer vor Kurz vor Ich kann ihn flashen Mitte unten einer Ich war Ja ok, flashen Molli auf kurz Kurz auf Da ist Molli immer Da ist Molli immer Kleiner streicht Mitte, eine Hexenkiste ist der schon So laufen jetzt festholen, dann ziehen wir durch Ich Warte Oh, das schlade So, wo stehst du? Ich Wir fangen an, dass wir lang einnehmen, ja? Robert, geh du einfach direkt Richtung kurz, ich mach das allein Kannst du mal Molli auf Plan werfen Vielleicht einmal lang, einmal lang Einmal lang Und jetzt? Nehmen wir kurz ein So, jede Runde schafft man nicht Das nur kurz einnehmen und dann wir gehen Oder Mitte rausschleichen Zwei sind immer noch lang Ich bin auf kurz Wir können Wir gehen kurz def Ja, die stehen wieder am Spot Wir splitten jetzt B wieder Einer muss CT jetzt gleich smoken Ich hab noch einer Ja, ich geh wieder oben, Katas Bleib mal nicht smoken, sondern Geh mit der Bombe mal oben Das rausschleichen, das rausschleichen Ah, jetzt muss ich smoke Ich weiß man nicht, da steht ja, wo bestimmt hinten auf C Im Loch Wir haben uns gesehen Loch weg Ich flasch nochmal auf C Ich geh hinten weg Ja Hier ist frei Ich bin blind Ich bin blind Mitte unten Ja, ich bin halt nur weiß Ja Du musst die Bombe holen, oder? Ach, langsam Andere ist CT So, Ampli gehen fort zusammen 30 Sekunden, ich smoke CT nochmal Mega blind Ich bin komplett weiß CT steht Flasch, Andere ist CT, hol die Bombe Andere steht Mitte Mitte rechts Andere Mitte Einer So, jetzt los, Leute Rest holen wir Timo, werdet ihr denn die Bombe holen? Der war nicht Wir gehen jetzt direkt totes Gang runter Der B-Spawn wirft einfach zwei Flashes Und wir gehen Tor raus, Kevin Hier geht Timo, Richtung B Warte, ich schreibe noch am Anfang Ein Bomber W-Wollte, glaub ich, pushen G-B, 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 G-B Können wir die holen? Nein Wir haben kaum Geld Einer ist nicht im Rang weg Probier ich hab 6 Einer bei der Bombe Bin T-B, B-B Ist einer bei der Bombe? Ja, ich bin noch da So, Leute, weiter so Kommt bei Wings Auf Auf geht's, Attacks Wir faken das jetzt, ja Also, ich geh Mitte raus Flo zieht Mitte an Und ihr geht einfach dann kurz durch Ja, B-Tops-Spawn Soll ich B-Nähten oder so? Na, du flashst nur B Flashst nur B und gehst dann weg Über wie kurz denn? Über Katze Ja, über Vorlang Du musst kurz lang wanken Du musst kurz lang wanken Du darfst halt nicht stampen Da ist einer in der Mitte, ne? Warte mal, die haben Echo Die haben, glaub, Echo Die haben nicht gesmoked Ja, ich glaub, langstack Ein Echo Ich glaub, nicht Echo Glaub ich nicht Lass jetzt kurz gehen Machst du lang so? Die Mitte blind Ja, mach ich Flash, einmal kurz treppen Und einmal oben Bleib einer weg Kurz gesmoked, kurz gesmoked Eigentlich müsst ihr jetzt einen mal lang schicken Oder zwei Ich hab keine Flash mehr Ich hab keine Flash mehr Ich hab eine noch kurz Ich hab eine noch kurz Lass durchschleichen kurz Ich kann die lang flaschen, wenn ihr wollt Dann könnt ihr durchgehen Ja, mach mal Gleich jetzt Ich treff noch eine Einer CT, einer CT Einer On-Spot Einer On-Spot Einer On-Spot Gott da, Mann Ich hab mit, komm, ich hab mit Element hoch Geh du kurz, geh du kurz mit Element hoch Flash Einer CT, einer Guba und einer Schräge Einer Schräge andon Immer noch 80 Einer SISE Es haben drei Leute low, zwei low, mach's hey Bomb liegt hier kurz Ja, das bringt die. Wir können nur kurz nicht halten Weiner Flash Kannst du CT peut-on Geh du da ein Fläscher lang Auf steps jetzt durchbrettern ich nehm schnell lang ein philip und kevin gehen direkt mitte runter gehen tor raus und die anderen ja noch euch und flasht euch der erste flash drüber über das tor und smoke dann einfach ctbs einfach durch dann war es der stürzt kevin vorne links bei behinder die flasher noch der auto direkt rechte seite der nutzer hat mich vor den dorf einer vb einer vb wird was ist noch ich sehe nichts freund schneller wenn wir schnell zu legen vor die verschoben haben noch nicht mehr so viel ganz gut kathos kommen bitte Geh mal zweitig rein Flash doch mal Cutter Die lohnt Cutter kommt Einer rein Einer Cutter Die hätte Flo nicht legen lassen dürfen mit der Aave Er muss doch legen Die Jakos willst doch denken Dann holen Kein Grund jetzt zu flamen, jetzt holen wir die einfach um Wirst du Firsthand holen, du bist wichtig Noch nix, auf jetzt Ja, machen wir irgendein Special oder? Ne, so wie eben Hängt dran, dass wir den mal kurz einnehmen Also geht jetzt erste Runde zu zweit auf kurz Ich hab die Flash hieß Erinnerst du Flash? Philipp am Anfang mit B und dann direkt runter Komm, geh nur ans Tor Das für uns Loch Losgang fallen Flash rein B Was? Einer Mitte oben 3 Mitte, 3 Mitte 3 oder so Mitte Bild mal kurz Wir nehmen jetzt gleich Mitte ein, ja? Fertig Lohre einer Warte, lower einer Timo Ja, abbrechen, 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 abbrechen Gib mir die mega nicht Ich rät dann noch Wir nehmen jetzt einen, ja? Fertig? Komm Kevin, Kevin Kurz einer Ja, du wirst dann 2 oder 3 3 kurz Schnell Hint vorne Hint unsere Warte, ich flash euch kurz, ja? Ja Sonneflash Telefon Wir haben Gaggels Flash einmal Schnellschräge Weiß nicht, wo das Spot glaube ich Lang noch Kurz, kurz Robert, sag doch Geht kurz zurück Ja, nur, nur ein bisschen Ja, doch Wir sind doch nicht auf ganz Er hat dann gesagt, komm rein Wir können doch Flashes haben Alter, ich hatte in der Mitte noch 2 Flashes Du hattest chillt, egal Kann mal einer da das Handy bitte weglegen Der Stirn macht sie B auch, hier sonst Ja, da Pfff, meiner voll Angst Lang drin Wieder raus Da ist einer weg Alter Mitte unten Kurz kommt glaube ich Keine Ahnung 2 Palme Wir gehen lang kurz jetzt So, eine Echo noch in eine Abfahrt Wie gegen Pod einfach Geht mal bitte zu Schritt auf kurz Einfach ohne zeigen Einer lang So, alleine wie Ja, ich smock mir Kurz Einer lang, ja Sollen glaube ich kurz kommen Bild einfach darstellt euch so, dass ihr nicht mega blind werdet Können wir hier ins Acker in der Treppe Ja, jetzt können wir UL nicht helfen, vor allem du nicht besser Stell dich mal da auf die Kante Eine Ja, ne Ich bin ein B wahrscheinlich Kurz Flash Komm nichts kurz, Mitte raus glaube ich Ne B war's Boah, ey, scheiß P90 Bumbe kurz, Thomas Lower down Keiner hat Headshot, 26 AP Mitte oben Palme Der ist jetzt in grüne Kiste, grüne Kiste Bumbe, er ist in der Arschwege Er ist in der Flaschkult, 100% Er nailed it Bumbe jetzt Einer low Nice Nice So, komm Gerade haben wir was härteres auf, cool, das läuft Habe, Flo Anti-Eco-Deck da, ne Also eventuell sparen die, ich bin mir nicht ganz sicher Ich frage mich, der Typ immer in die Ruhe auf lange Komme Lang, lang, nicht Lang raus, lang mehrere Flash mal, Robert Warte, net Mach du mit, Philipp Flash Drei lang Ey, ich habe drei unter 50 geschossen Die haben gekauft, die haben gekauft Ich flash lang Mitte Smoke, Mitte Smoke Kann noch Bombe, die Leute, Achtung Kurz eventuell Kurz, da soll ich Das ist lang am besten Jetzt nicht für das Schwieger oder so Kurz, flash Komm einfach mit mir zu lang noch Ich bin kurz nicht durch, doch, jetzt einer kurz durch Einer auch Kurz durch Beide, oder was? Beide Kann noch voll lang Flash, ich habe jede Nade Auf A, einer drauf Beide A drauf Ich komme CT Lass über CT Lass über CT Lass schleichen Ich flash on spot Einer spot Wo ist einer? Am ist blind Flash auch nochmal on spot Irgendwo on spot oben Flashe kurz Rest Schön Lass sich Lass sich Lass sich Lass sich Wie ist es denn jemand? Kann eine legen, wenn einer will Ohne Spar Schlage Ihre Kniebeugen sollten Auf jeden Fall Will einer? Robert, wenn ich jetzt sag, du musst flashen auf lang Muss auch sofort flash kommen, ne? Ja, passt Ich habe die Situation ja entschärft Die haben wir in die Gruppe Mitte oben einer Die haben ECO B Einer auf kurz Mitte unten einer down Einer ist kurz Kann kurz durch oder hast du? Ja, kurz kann durch Ich habe das da Mitte musst du haben, Philipp, ja? Ich habe Mitte raus, ja Ich stehe vor dem Loch Die Uhr versträgt, ich sag mal ne Lüfte Mitte raus, alle drei, alle drei VB, eine 7 gibt's damage Einer als Hits Einer am Loch, einer am Loch Zwei, beide VB Beide, beide Loch, 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 Loch 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 Hey, der andere ist hier nicht Eismann, komm, einfach durchfahren Wir gehen nicht vor dir jetzt Morgen Der Floor weißen Trash DB rein Probecki wieder proben Lange einer im Tor, Bank Haben Waffen Einer kann kurz durch sein Kannst du ruhig auf A gehen, Timo eigentlich, ne? Wir haben AKs Dach, wenn ich langflaschen soll Oh, WA wird dran Amt, ich nade mal Sind auf kurz, sie haben kurz eingenommen Lang noch, einer Kevin, du musst mich spotten, ne? Und dann auch flashen, richtig Tira Ein bis zwei lang Die nehmen lange einen, flashen Flashen und dann gegen Ist noch nichts raus Kurz kurz Ich bin blind Ich bin blind Ich hab gegen geflasht Noch nichts durch Ich glaub, Mitte, Mitte raus Down, einer B-Spit, glaub ich Mitte Loch, einer down Ja, mit VB VB, einer noch sieben, 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 mich Einer, door, einer Loch Door, rein, door, rein Door Die haben die Bombe, glaub ich, noch nicht Jetzt erst, Bombe, jetzt erst gepickt Ich schaue Die haben die Bombe, glaub ich, noch nicht Jetzt erst, Bombe, jetzt erst gepickt Der schwingt jetzt ein Loch rein Weg Doch Schön, man Schön, weiter Oh, Robert, was hast du da gemacht? Ey, Junge, dem Sorn, da geb ich sieben, sechzig, man Das stimmt Der könnte mich schon so aufregen, Alter Ja In einer Arbe, aber sonst nicht so viel Waffen In einer lang, ich hab Mitte Vielleicht für Kevin, ich heiz Grube durch Ja, ich hab hier Molgi Ah, gutes Wort Flaggen frei Eine Mitte unten Ich bin blind, Mitte, VB Mitte down Waffen, oder? Kurz durch, ne, einer der hat Spar Ne, aber noch kurz Gehen's los Du hast ne Mitte, ne? Ja, ich hab die Mitte raus, nur Flasch lang Flasch lang Flasch lang Flasch Ich kann nicht gegen die Awe sterben Ich glaub, er ist wieder im Tor Kann sein, dass die Awe im Klang wegflamme Ja Ich geh mit Flasch Kurz gedroppt Womble wahrscheinlich Kurz vor Ich häng mal Ich geh jetzt dringend mit langweilten Kurz, kurz die Awe, kurz die Awe Du hast da alles zu werfen, oder? Woher? Ja, nur Smokeflash Ja, nur Smokeflash Geh da mal weg, Kevin Lang mal an die Wand oder so, dass ich dir helfen kann Komm da weg Kurz, Zepp durch, die gehen jetzt auf A drauf Die musst jetzt die Mitte einnehmen Du hältst lang, ich aim on den Spot Nicht aim, oh oh, ich aim den Awe Oder warte, warte noch, warte noch Die wollen einen leichten Ja, die wollen die Awe Die Awe, die geht durch, Viererkiste irgendwo Mock da Mock da Haben die 100 pro A, ja Die gehen jetzt auf A drauf Die legen A, die legen für A Komm Kevin, da ist doch Smoke Komm Kevin Einer schräger, einer schräger Ich flash kurz Schräger down Schräger down Ich flash kurz Ne, kurz noch Einer wird kurzer sein Schräger, einer Hat einer lang? Kurz down, einer Ja Könnten jetzt, haben die nicht versucht Lang einzunehmen vorhin Irm komisch mit Ja, klar Ne, ich brenn lang Mega Lang kommt Hinweis Mega blind Ich hab gegen geflasht Flash da nochmal rüber Bin wieder kurz durch Willst du aber Geh ins Loch Lang Awe, lass kurz halten Komm da nicht weg Lang im Schlitz Alleine glaube ich Timo kommt mit kurz Lang zwei Flaschen Ich komm da nicht weg Ja, da wollen wir Mitte einnehmen So, da wollen wir A retaken Warte, ich schieb vom B, ich komm, darf ich nicht spielen Warte, ich schieb vom B, ich komm, darf ich nicht spielen Das Mitte einnehmen, los Kommt ihr Mitte Warte, glashe Ja, ein mit A, ja Ach, Team Flash, sorry Bin komplett weiß So, ist unten Ja Und Mitte oben Mitte oben immer noch Wir teilen immer noch nicht so die Idee Gehen, wir gehen Gehen, wir gehen Ich hatte das unten Ach, kacke, Mann Komm weiter Weicher halt, Schwestern Oh, er ist bin gelandet Ich hab hier Ich habe hier Deriaat Ich hab hier Hier Er ist halt, eine Egal, wir haben Geld, komm. Kann einer legen? Ich leg dir, Kevin. Ich leg. Oder hat irgendjemand die Waffe? Keine Ahnung, ich smoke lang rein, Mann. Die Runde ist jetzt wichtig. Soll ich in die Grube rennen? Und dann lieber an den Schlitz, Kevin, dass du da locker durchrennen kannst. Lang nichts bist, ja? Lang steht die Aave. Komm zu dir lang. Ich bin auch im Tor. Kannst du lang smaken? Warte, blind. Hat das Kurzkampf, glaub ich. Hat das zwei Schüsse? Zwei lang. Noch einer lang. Zwei noch lang. Einer ist an der blauen zu. Zwei lang. Komm, die muss es beide haben. So, Mütze. Geh mal auf Aave. Geh mal auf Aave. Robert, das ist tot in der Grube. Einer Grube rein, einer noch lang. Zwei Grube, zwei Grube mit Bombe. Zwei noch lang. Warte, der nicht vermutet. Zwei Grube. Zwei Grube. Wir haben Aave irgendwo lang. Zwei Grube. Zwei Grube. Zwei Grube. Zwei Grube. Zwei Grube. Zwei Grube. der andere hat die bombe wenn du den holst hast du runde ich hätte mal cutters gehen sollen bei der sekunden eine echo dann alles echo wiederholen aufpassen mann ihr dürft lang nicht gegen die scheiß arme sterben werft euch die smog einfach so dass ihr in die grube kommt und nicht ins vor ich habe die ansage verlassen also ich war keiner geämt dann kam er halt nach mir durch die wand cutters wird sogar pushen ich habe eine flash ja wenn das nicht lang zuerst gleich ich habe ohne flash bitte timo ja dann lass rein einmal step bei lang voll lang step da geht es ja dann kack drauf er stirbt einfach nicht in den cutters das wird ganz schwer für die zur regierung die haben lang ab die haben lang gemolli lang einer bei mitte ja ja das ist ja kackern ne die haben die tatsachen und mitte lang noch beide lower drin b mitte runter mitte runter ja komm mitte irgendwie ja b ja gut das ist nichts ja ja mit arith p safen kenne ich mich aus jahr ja 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 jetzt aggressiv zu gucken ich habe eine arme und dann bauen wir halt um dann komme ich lange eventuell was auch noch mal noch mal durchfahren jetzt lang flash oder bei oder schön mit flash eine laut hatte ich bin tot kommt immer macht er dann flash dann die kurz durch und der frau auch einer noch einer aber wenn man selten holen ab drauf haben selten kevin auf lang kurz ist einer kevin das ist einer und der pro auf die möglichkeit lang seven ich kann nicht dann überlaufen der headshot schrägen The bomb has been planted Ach man, nicht gehen die Ja, it's over time, und ich leg gleich eine M4 für irgendeinen In Abfahrt, Leute So, ich geb dir die M4 Ja Footstep Fertig Ey, die kriegen beide Headshots 1,198 und 1,181 Was ist das aus, Alter? Liegt eine So, Abfahrt jetzt Ja, ich hab die Siegel ein Flash-Oberwein Ja, ich hab dir noch eine M4 gegeben Da nimmt jemand anders, passt schon Hatte jemand? Ich hab nur geflasht auf Lang, Kevin Hast du Smoke? Ey, ja, Mann Wofür Smoke? Lang raus, 2 3 lang, 3 lang, schnell Bombe lang Sind durch Wieder mal auf Ace Holt ihr Nice Holt ihr Nice, komm 1 Spot A legen Ah, ich hab 3 AP Einer Spot Einer Spott, einer lang, glaub ich Einer lang, einer Irgendwie Spot Lang hat mich Oh Mann Oh Mann, Alter Ey, wie kann... Gegen die darfst du nicht verlieren, Mann Ohne Spaß Ja, dann müsst ihr Lang mal halten, oder so Ja, was sollen wir denn da machen? Ja, was sollen wir denn da machen? Ja, guck mal, die haben das doch auch gemacht Die eine Runde sind wir gestorben Weil... Ey, warum flirnt ihr euch jetzt so, das ist so affig Ja, weil wir gegen Idioten verlieren Da unten